Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBPL Radio, der Podcast, der nie kurz vor der Aufnahme seinen eigenen Namen vergisst. Hier, diese Woche, bin ich, Ivo und Marc. Hallo. Ivo, wir dachten beide, wir hätten diese Folge schon gehabt. Ihr vermutlich auch, weil es ist eigentlich auch eine Schande, dass, ich glaube, 160 Folgen vergangen sind, ohne dass wir diese Folge hatten. Denn wir haben heute einen Klassiker. Mhm. Und wie die meisten Klassiker kommt dieser Klassiker mit einem recht unspektakulären Titel daher, nämlich das verlockende Angebot. Auf Englisch, You Only Move Twice, was natürlich eine Anspielung auf einen James-Bond-Film ist, glaube ich. Ja, You Only Live Twice. Du stirbst nur zweimal, ist es, glaube ich, im Deutschen. Gut möglich. Also genau andersrum. Genau, Staffel 8, Folge 2. Die Folge hat sich gewünscht Jonas. Vielen Dank, Jonas, für den Folgenwunsch. Und ja, auch dieser Titel, You Only Move Twice, diese Anspielung an James Bond, das wird sich auch noch das ein oder andere mal widerspiegeln. Also wir werden die ein oder andere James-Bond-Referenz sehen in dieser Folge. Und ich glaube, auch damit weiß spätestens jeder, um welchen sagenumwobenen Charakter es in dieser Folge auch gehen wird. Denn wir haben natürlich hier vor uns auf dem Tisch liegen die Hank-Skorpio-Folge. Die leider einzige. Ja, nur noch einen lausigen Wolken-Gag haben wir bekommen, wo Hank-Skorpio dann drin ist. Und er ist bestimmt auch das ein oder andere Mal im Hintergrund irgendwo zu sehen oder so. Obwohl eigentlich wäre das ja komisch. Er lebt ja gar nicht in Springfield. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch wirklich, der Wolken-Gag ist das Einzige an diese vergangene Zeit, in diese vergangene Folge aus Staffel 8. Obwohl in Simpsons World war er, glaube ich, auch drin, oder? Ja, aber mit Donuts. Den musst du so rein-cashen. Wie für alle coolen Charaktere. Nee, nee, in Simpsons World, der Folge der Westworld-Dingens, da hat er auch da gestanden mit dem Flammenwerfer, glaube ich. Spoiler. Das kann sein. Das kann sein. Stimmt. Möglich. War eine gute Folge, Simpsons World. Aber hier haben wir auch eine sehr gute Folge. Ja, handeln wir schnell den Tafel- und den Couchcake ab. Nicht alles, was ich wissen muss, habe ich im Kindergarten gelernt. Schreibbart an die Tafel. Also auch danach muss man noch Sachen lernen im Leben. Würde ich so unterschreiben. Aber die wichtigsten Sachen lernt man schon im Kindergarten auch. Das ist gut möglich. Ich kann mich an nur noch sehr wenig aus meinem Kindergarten erinnern, was ich da gelernt habe. Hat man im Kindergarten schon lesen gelernt? Nee, 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 nee. Nee. Glauben nicht. Soziale Interaktion hat man gelernt. Ja. Vermutlich primär. Nun, jedenfalls der Couch-Gag. Ähm, das Wohnzimmer der Simpsons ist sehr, sehr hoch, denn sie fallen da mit Fallschirmen runter und der ganze Himmel ist auch schon in der Farbe der Wand und es sind auch Wolken drauf gemalt da oben und dann fallen sie runter auf die Couch. Und natürlich, Homers Fallschirm öffnet sich nicht und er klatscht mit dem Gesicht bodenwärts auf den Boden, äh, aber er verletzt sich jedenfalls augenscheinlich nicht. Nee. Wenn, dann sind die Verletzungen im Inneren. Wenn, dann bleiben diese Verletzungen auch im Couch-Gag, weil der ja nicht chronologisch ist. Wir beginnen mit der Folge. Ich hab versucht rauszufinden, ob es eine Anspielung ist, weil es hat sehr sich nach einer Referenz angefühlt, muss man sagen. Im Zweifel war es Citizen Kane, aber ich weiß es nicht, weil ich hab nix dazu finden können, weder im Deutschen noch im Englischen, Simpsons Wiki oder sonst irgendwo. Also ich konnte dazu nix finden, weil Smithers kommt aus dem Haus, er hat nen Hut an, er wohnt in so nem New-York-Style-Apartment, also was auch so irgendwie immer so, wo die reichen Leute in New York wohnen, filmen und er zieht nen Hut an und singt dabei ein Lied über Monty Burns und wie schön es ist, bei ihm zu arbeiten und das kam mir sehr unüblich vor, alles. Es ist schon, es wirkt definitiv wie eine Referenz und dann kommt eine Limousine vorbeigefahren mit einer Frau drin, die die Scheibe runterlässt und die will Smithers einen Job anbieten und Smithers will das natürlich nicht, weil er schon den besten Job der Welt hat und den besten Chef der Welt und sie versucht es dann aber immer weiter und sagt ihm die ganzen Vorteile und so und Smithers regt sich dann aber auf, dass sie ihn in Ruhe lassen soll und ob er denn nicht einmal zur Arbeit laufen kann, ohne einen Job angeboten zu kriegen. Finde ich auch schon schön direkt. Was heute die LinkedIn-Headhunter sind, war damals wohl einfach Limousinen, die auf der Straße rumgefahren sind und Leute angesprochen haben. Schöne Vorstellung. Ja. Ja und er lädt dann auch schließlich komplett ab und sie in dieser Limousine müssen jetzt halt den Next Besten, beziehungsweise in ihren Augen einfach den am längsten nach Smithers in diesem Kraftwerk angestellten Mitarbeiter abwerben und das ist, man kann es sich schon ahnen, das ist Homer. Ja. Und sie haben wohl nicht zu genau in seine Akte geguckt, außer auf seine Dienstzeit. Aber. Weil er hat ja auch mal diese, diese Szene, das war glaube ich in der Frank Grimes Folge auch, in der Frank Grimes fragt, wieso Homer hier überhaupt arbeitet und da sagen Lenny und Karl, er kam einfach, als das Kraftwerk aufgemacht hatte, vorbei und sie haben ihn eingestellt. Stimmt, ja. Also er ist wohl wirklich von Anfang an auch dabei. OG. Ja, ist so. Ja und Homer, der ganze Prozess, wie Homer da angeworben wird, der wird nicht, den sieht man nicht, aber Homer kommt dann einfach ins Wohnzimmer und sagt, dass er diesen neuen Job hat und zählt auch die ganzen Vorteile auf und sagt, dass er jetzt bei Clowbacks arbeitet. Und das Problem ist, das ist in einer anderen Stadt, nämlich in Cypress Creek und die Familie ist dann doch überrascht und nicht begeistert, dass er einfach so die Entscheidung getroffen hat, dass sie jetzt eine ganz andere Stadt ziehen müssen für diesen Job und ohne sie zu fragen. Ja und er zeigt ihnen dann ein Videoband, das Videoband fand ich klasse, also da sieht man, wie Cypress Creek aufgebaut oder wieder aufgebaut wurde, es war wohl sehr abgerockt, also eine richtig verfallene Stadt mit Obdachlosen und alle Fenster zugenagelt und so und da auch ein schönes Detail, das habe ich bei meiner Recherche nach dieser Smithers-Szene vorhin gesehen, dieser Obdach, also man sieht, wie diese Stadt dann wieder renoviert wird und alles schön gemacht wird und da sieht man auch einen von diesen Obdachlosen, der jetzt zu einem Briefkasten wird und das ist James L. Brooks, den sie da umgesetzt haben, das fand ich schön, ich glaube, Writer von den Simpsons. Ja, ich glaube auch, oder Produzent oder sowas, ich bin mir nicht sicher, aber ja, genau, und da ist alles schön und in Springfield ist alles schlecht und deswegen kann ich damit die Familie ein bisschen überzeugen, irgendwo in diesem Gespräch, ich bin mir nicht sicher, in welchem Kontext sagt Hauber noch, dass es ein großer Traum ist, die Dallas Cowboys zu besitzen und die Kinder lachen ihn aus, das wird auch noch ein Running Gag in dieser Folge sein, der da am Ende auch den Circle full macht. Ja. Und die sind wohl nicht so gut scheinbar, aber ich würde auch ein Football-Team nehmen, wenn sie mir eins schenken. Ja, ich muss nur an die, äh, eine Folge denken, wo Mr. Burns kein Milliardär mehr ist und dann, glaube ich, der Millionäre, äh, rübergeworfen wird und dann irgendjemand ihm sagt, dass er ein Eishockey-Team oder sowas hat und dann finde ich das ganz schlimm. Das Videoband hat auf jeden Fall dann jetzt geholfen, sie verkaufen das Haus und gehen weg, man sieht auch in dieser Szene dann immer noch, wie schlecht das Haus wirklich ist, also man sieht, dass der Schornstein hinter Marge umfällt, hinter dem Fenster, man sieht, dass Bart durch die Decke durchbricht und Marge da auch vorbereitet ist und ihn mit dem Besen wieder reinschieben will in sein Zimmer oder wo auch immer er da reingefallen ist. Und ja, sie verkaufen jetzt das Haus, Otto ist auch da und schaut es sich an und Apu klingelt dann noch und will es sich eventuell angucken, aber meiner Meinung nach sehr starker Gag, den ich wahrscheinlich heute zum ersten Mal verstanden habe, wo ich die Folge ja schon sehr oft gesehen habe, gezwungenermaßen, weil ProSieben, die halt diese Staffeln 8 bis 13, glaube ich, Rabatt drauf bekommen hat. Und zwar... Wo ich sagen muss, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Folge damals da gesehen habe. Ich ganz sicher, also ganz oft auch. Ich weiß es nicht. Aber Apu klingelt und sagt, er will das Haus kaufen, er will das Haus nicht kaufen, sorry, er will nur auf die Toilette gehen, will in den Zeitschriften rumblättern und er will die Lebensmittel bei ihnen anfassen, sodass sie danach unhygienischer sind. Dass sie wissen, wie das ist bei ihm im Supermarkt, das fand ich schon einen ganz guten Gag. Ja, und vor allem wie war man ihn dann noch verabschiedet mit Thank you come again. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch nochmal ist. Ich glaube, beehren sie uns bald wieder, hat er gesagt sogar. Oder beehren sie uns bald wieder oder sowas. Stimmt, ja, ja, ja. Sehr gut, auf jeden Fall. Und dann merken sie aber, dass das nichts wird. Und dass das irgendwie alles nicht klappt, weil das Haus einfach zu schäbig ist. Und dann nageln sie einfach so ein Abandoned-Schild vor die Tür und verlassen es einfach und gehen einfach, holen ihren Kram mit und lassen das Haus einfach da stehen. Flanders fragt dann noch, ob er vorher seine ausgeliehenen Sachen zurückhaben kann. Homer sagt natürlich nein, die braucht er noch. Und Flanders lässt das einfach so stehen. Ja, und Homer drängt ihn dann so ein bisschen zu einem Okili-Dokili auch. Ich würde gerne mal wissen, wie das mit diesen Hypotheken in Amerika funktioniert. Weil sie sagen, sie könnten nicht genug Geld kriegen, um die Hypothek zurückzuzahlen. Aber wie ist das? Also die haben dann quasi, die haben das Haus gekauft, brauchen dann Geld und quasi verkaufen das Haus an die Bank und bezahlen das dann wieder mit Zinsen ab irgendwie so, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Und wenn die dann irgendwann nicht mehr zahlungsfähig sind, dann kriegt die Bank das Haus. Also so, glaube ich, funktioniert das ungefähr. Aber das ist ein ganz komisches System irgendwie auch. Kannst du sagen, ich kenne das nur von Monopoly. Ich bin weltfremd, was das angeht. Ja, ich bin im Immobiliengeschäft jetzt auch nicht so stark drin, Ivo. Echt? Ja, nix war, nee. Schämlich. Ja, mal gucken. Vielleicht. Irgendwann. Jedenfalls kommt dann der große Abschied. Sie ziehen aus Springfield raus und alle stehen nochmal da, wirklich alle verabschieden sie irgendwie und hauen nochmal ihre, nicht ganz ihre Catchphrase, manche hauen ihre Catchphrase raus, Dr. Nick natürlich passt sehr gut. Aber alle verabschieden sie und Nelson schickt ihnen noch ein letztes Ha-Ha hinterher und sie fahren aus der Stadt und verlassen sie für immer, wie wir wissen, denn ab Staffel 8. hat diese Serie ja nicht mehr in Springfield stattgefunden. Mhm. Ich fand die Szene sehr schön, also wenn man auch wirklich Charaktere gesehen hat, die man halt sonst eigentlich selten sieht oder die auch da, weiß nicht, allein dass Sam und Larry dabei gestanden haben, Rest in Peace. Das war irgendwie cool, also so viele, sie haben viel eingebaut da auch wieder in dieser kurzen Sequenz und es war trotzdem schön. Mhm. Ja, es wirkt wirklich wie ein richtiger Abschied, was es natürlich nicht ist, wie wir alle wissen, aber die Zuschauer damals an den Fernsehern konnten das ja noch nicht wissen. Die hatten nämlich noch kein Disney Plus. Und, äh, sie fahren dann eben nach Cypress, äh, Creek. Ich denke die ganze Zeit an Cypress Hill, das ist irgendeine Band oder so, oder? Ähm, ne, jedenfalls Cypress Creek. Und sie, äh, kommen aus dem Staunen nicht heraus, weil es alles schon direkt super schön ist, als sie da hinfahren und so. Und bestaunen alles. Und dann kommen sie an ihr Haus und das ist super groß und wundervoll. Und, äh, schön designt. Und sie treten durch die Tür und auch von innen ist es natürlich schön. Und sie können kaum die Tür zumachen, da klingelt es schon wieder. Und da steht niemand Geringeres als Hank Gorpio. Also, ja, zum ersten Mal kommt er da mit einem Obstkorb, sagt zuerst, dass dieser Obstkorb vom, ähm, vom Chef hier ist oder vom CEO oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat. Und dann sagt er, das bin ich. Und dann kommt ein ganz wirres Gespräch drüber, wie, äh, wie, wie Homer seine Mokka-Scenes findet, dass im Schrank auch so welche sind. Und falls er ihm nicht gefallen, dann gefallen sie ihm auch. Also dann gefallen sie Hank Gorpio auch nicht mehr. Und dann wirft er es einfach weg, dann zieht er sich so eine Marathon-Nummer an und sagt, jetzt gehe ich freiwillig laufen. Und dann kommt so eine ganze Gruppe und die laufen dann da rum. Ja. Das war ganz verrückter erster Einstieg. Das hatte ich auch so nicht mehr auf dem Schirm, wie das, also diese ganzen Gespräche mit Hank Gorpio hatte ich so nicht auf dem Schirm mehr. Doch, das ist eigentlich genau das, was ich mit dieser Folge assoziiere. Und ich glaube, das ist auch das, warum Leute den Charakter Hank Gorpio so toll finden, ist, weil er einfach so dieser sehr positive, sehr schnell sprechende und sehr viele Gedankensprüngeln nachgehende Typ ist. Das ist irgendwie eine sehr, sehr coole Art, die er hat. Ja. Dann splittet sich so die Story eigentlich. Also sie haben alle ihre eigenen Aufs und Abs. Bei Marge geht es relativ schnell auf und ab zu, muss man sagen. Denn sie, also in derselben Szene, bei den anderen beiden dauert zumindest eine Szene, bis es da abgeht bei Lisa und Bart. Bei Marge ist es so, sie sieht, dass alles in diesem Haus automatisch funktioniert. Also der Ofen reinigt sich selbst. Der Staubsauger, glaube ich, staubsaugt gerade. Da haben die Simpsons übrigens Staubsaugroboter vorhergesagt. Stimmt. Das wissen die wenigsten. Haben die Simpsons erfunden. Das hat bestimmt noch nie vorher jemand dran gedacht. Das haben die Simpsons erfunden. Und da kommt dann auch die erste Szene, in der sie sich hinsetzt und von unterm Tisch ein Glas und eine Flasche Wein nimmt und Wein trinkt mit so einer dramatischen, dreitönigen Musik. Ja. Vorher guckt sie noch einmal nach, ob das Bett immer noch gemacht ist, was ich auch sehr schön finde. Ja, aber dann natürlich das klassische Klischee der Hausfrau, die dann immer Wein trinkt, erfüllt jetzt auch Marge, denn die Hausarbeit ist nicht mehr genug. Jetzt muss Wein getrunken werden. Ja, es gibt ja nichts zu tun. Sie hat Langeweile schon direkt. Ja. Morgens um halb zehn, hat sie, glaube ich, gesagt. Aber dann muss ich halt ein Hobby suchen. So sitzt sie jetzt den ganzen Tag am Tresen und trinkt ein Glas Wein. Ja. Das ist vielleicht auch nicht so spannend, irgendwie. Sagst du so. Schon mal ausprobiert? Nee, tatsächlich nicht. Tja, siehst du, hast du morgen was zu tun? Ich habe immer genug Hausarbeit zu erledigen. Was hast du heute alles an Hausarbeit gemacht? Ich habe heute bestimmt schon Hausarbeit gemacht. Okay. Aber das ist jetzt völlig fernab von jeglichem Thema, was wir hier haben. Denn wir müssen ja über Homer sprechen, denn um den geht es schließlich. Das ist schließlich sein Job. Jetzt kennen wir es schon, seinen Chef. Da müssen wir uns natürlich fragen, wie dieser Job aussieht. Und er geht dann direkt zu diesem Klobecks Hauptquartier. Man erfährt auch nicht so wirklich, was Klobecks macht. Also irgendwie anscheinend haben sie einen Atomsektor, wo dann Homer auch arbeitet. Aber was genau sie machen, das wird dann erst später ans Licht kommen. Aber Hank Scorpio ist direkt wieder zur Stelle, um Homer dann da einzuführen und durch die ganze Halle zu führen. Und spricht wieder auf seine sehr schnelle Art und erklärt sie sehr viele Sachen. Und dann sagt der Homer, er soll seine Jacke aufhängen. Und Homer schaut sich um und überall sind nur Fenster. Und er weiß nicht, wie er diese Aufgabe jemals bewältigen soll. Aber dann sagt Hank Scorpio, wir glauben hier nicht an Wände. Und ich habe dir auch gar nicht meine Jacke gegeben. Und dann zieht er ganz schnell seine Jacke wieder falschrum an. Homer ist sehr begeistert davon. Ja, und dann laufen sie durch dieses Gebäude durch, bis zu Homers Arbeitsplatz. Da sitzen schon drei fleißige Mitarbeiter. Und diese drei Mitarbeiter soll Homer eben leiten. Das ist der Atomsektor von dieser Firma. Und Homer ist jetzt deren Chef. Mhm. Und man merkt auch schon direkt, die sind sehr motiviert. Die sind schon heftig am Arbeiten. Also es ist überhaupt nicht so, wie Homer das machen würde. Und deswegen weiß man schon relativ schnell, okay, sein einziger Job ist, sie zu motivieren und irgendwie bei Laune zu halten. Da kann jetzt selbst Homer eigentlich nicht viel falsch machen. Und ja, so kommt es dann auch. Er muss eigentlich nur, er fragt sie nur, ob sie gerade schon arbeiten. Und sie sagen ja. Dann fragt er sie, ob sie mehr arbeiten können. Dann sagen sie auch ja und machen einen Tipp ein bisschen schneller. Und Homer hat seinen Job gut erledigt. Ja, Hank Scorpio in der Szene nicht so gut, weil er macht mit Homer so einen klassischen Vertrauenstest und sagt, lass dich zurückfallen, ich fange dich auf. Und in der Sekunde klingelt das Telefon und er geht ran und Homer fällt auf den Boden. Ja, aber er hat ihn vorgewarnt. Ich finde, Homer ist schon der Leidtragende. Ich lasse nichts auf Hank Scorpio kommen, der ist perfekt. Ja, jedenfalls Bart ist in der Schule dann währenddessen angekommen. Und es geht ihm sehr gut. Also alle sind direkt, schauen ihn an, als wäre er Jesus höchstpersönlich und scharren sich um ihn, wie er da seine armen Achselfürze macht. Und sie sind alle sehr begeistert davon. Und dann kommt auch direkt so ein millhausiger Junge und fragt ihn, ob er sein bester Freund sein kann, den er dann unterdrücken kann. Und ich glaube wirklich, es gibt in jedem Land in der Simpsons-Welt mindestens einen Typ, der aussieht wie ein Müllhaus. Ich erinnere mich an so viele Szenen, wo irgendein Müllhaus-mäßiger Mensch zu Bart kommt. Das ist nicht mehr schön. Es gibt ja auch ganz viele Flanders. Das stimmt, ja. Aber die sind wenigstens alle eine Familie. Ja, das stimmt. Kannst du Axel Fürze? Nee. Ich auch nicht. Ich muss aber sagen, ich habe das auch nie aktiv verfolgt. Ich auch nicht. Falls ihr guter Axel Fürze seid, herzlich Glückwunsch. Ja, viel Spaß noch damit. Und jedenfalls, dann geht aber der Unterricht los. Man denkt so, ja, in der Schule ist bestimmt alles schön. Jetzt, wo die Schüler schon alle nett sind. Und dann schreibt der Lehrer einen Satz in Schreibschrift an die Tafel. Und Bart kann ihn nicht lesen. Und das stempelt ihn sofort ab als dummer, dummer Mensch. Und der Lehrer stellt dann auch noch ein paar andere Fragen, so ob er weiß, was Brüche sind oder sowas. Und Bart weiß es halt nicht. Und dann schicken sie ihn in so ein, ja, nennen wir es Sammelbecken von irgendwelchen nicht so begabten Schülern, die dann da irgendwie in einem eigenen Raum Sachen machen sollen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es im Englischen halt war im Original. Im Deutschen sind das die Legastheniker. Also Leute, die ihn nicht lesen oder schreiben können. Und wohl auch ein bisschen langsamer im Kopf sind, so wird es dargestellt. Aber es stellt sich wohl auch raus, der eine ist Ausländer, der ist aus Kanada, deswegen haben sie ihn reingesteckt. Also die gehen einfach davon aus, dass er langsamer ist. Eine ist auf den Kopf gefallen. Deswegen ist die drin und ist da drin aufgewacht. Also die war ohnmächtig, nachdem sie auf den Kopf gefallen ist und wurde dann in diesem Klassenzimmer wach. Und einer hat Feuer gelegt. Also da kommt wirklich einfach so das an, was sie, glaube ich, sonst nirgends haben wollen. Und Bart ist einer davon. Obwohl sie eigentlich noch gar nichts über Bart wissen. Das ist schon traurig. Aber ja, und dann lernen sie halt auch irgendwelche sehr bescheuerten Sachen. Bart hinterfragt auch sofort das System, weil sie aufholen sollen. Aber das machen sie, indem sie langsamer lernen, was ein sehr guter Punkt ist tatsächlich. Aber ja, er zeigt den Kuckuck oder macht irgendwie so ein Kuckuckgeräusch und alle machen dann mit. Und dann schlägt ihn der Feuerleger noch sehr heftig. Und Lisa ist währenddessen in der Natur. Fand ich auch schön, dass man Lisa gar nicht in der Schule sieht. Also sie genießt hier die Natur von Cypress Creek. Sie riecht an den Blumen, sie sieht ein Streifenhörnchen und sie sieht eine Eule. Und diese Eule fängt dann, als sie weiter hüpft, das Hörnchen. Und das habe ich vorhin auch bei meiner Recherche herausgefunden. Sie nennt es ein Northern Reticulated Chipmunk. Ich weiß nicht mehr, was sie im Deutschen gesagt hat. Irgendes Streifenhörnchen. Diese Tierart, die sie da sagt, die existiert nicht. Die gibt es nicht. Okay. Komisch. Vielleicht existiert sie nicht mehr. Nee, sie existiert einfach nicht. Ha. Okay. Das ist komisch. Ja. Aber in dieser Szene ist für Lisa jedenfalls noch alles gut. Die Wende kommt dann erst später. Aber sie gehen dann auch durch die Stadt und alle sehen eigentlich noch zu dem Zeitpunkt relativ glücklich aus. Und Homer will dann einen Hut kaufen, der von Tom Landry unterschrieben ist. Und sagt dann aber, das können sich ja nur reiche Businessleute leisten. Aber jetzt ist er ja ein reicher Businessmensch. Und deswegen kauft er sich dann natürlich auch sofort den Hut. Und diesen Hut hat er später nochmal an, wenn er trainiert. Also das war wohl ein Trainer, dieser Tom Landry. Und ist auch eine Signatur drauf für irgendeine Wäscherei. Der hier, der, 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 der den Hut vermacht hat. Und Homer hat ihn irgendwann nochmal an, wenn er entweder Bart im Fußball trainiert oder im Football. Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Oder eventuell sogar im Lacrosse. Da bin ich mir aber unsicher. Und er erinnert die anderen tausend Sportarten, die er gemacht hat. Aber Homer war nicht immer der Trainer, musst du dir überdenken. Ich glaube aber beim Football und beim Fußball war er es. Und ich glaube es ist beim Football, da hat er diesen Hut an. Beim Fußball war er auch mal Schiedsrichter auf jeden Fall. Ja stimmt, dann war es Football auf jeden Fall. Stimmt. Okay. Naja, jedenfalls, jetzt hat er diese Mütze an, diesen Hut und geht wieder an seine Stelle. Und die motivierten Mitarbeiter sind nicht mehr so motiviert, denn sie sind ziemlich müde. Homer hat wahrscheinlich einfach jede halbe Stunde mal gesagt, arbeitet mal schneller. Und das hat sie dann ein bisschen ausgelaugt. Deswegen sind sie jetzt nicht mehr so begeistert wie vorher. Aber Homer hat dann eine zündende Idee, denn sie brauchen offensichtlich Hängematten im Büro. Und was aus dieser Idee dann wird, erfahren wir leider nicht. Denn das hat nicht wirklich eine Auflösung. Er geht dann aber zu Hank Scorpio und fragt ihn, wo er am besten Hängematten herkriegt. Und dann stellt sich raus, dass praktischerweise Cypress Creek einen Hängemattenblock hat. Wo man sehr, sehr viele Hängematten bekommt. Ja, es gibt sehr viele Läden, die sind alle im selben Haus, in der dritten Straße. Also da findet jeder das Stück für seinen Baum. Das Gegenstück für seine Hintern. Oder für zwei Bäume. Ich bin übrigens großer Hängematten-Fan. Ja, geht. Doch, schon. Ich finde, wenn man wirklich nur da liegen will, ist schon ganz gut. Aber wenn man irgendwas dabei machen will, muss man immer so komisch den Kopf heben. Und dann tut das weh, im Nacken. Fällt mir nicht. Okay. Ich bin kritisch gegenüber Hängematten. Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Während diesem Hängematten-Gespräch oder eigentlich nach diesem Hängematten-Gespräch wird Scorpio unterbrochen von einer Konferenz. Da sitzen ein paar wichtig aussehende Leute in einem wichtig aussehenden Zimmer. Und Scorpio droht diesen und sagt, dass sie jetzt endlich mal das machen sollen, was er will. Und als Beweis, dass es ihm ernst ist, sprengt er in ihrem Hintergrund einfach eine Brücke weg. Ja, der wahrscheinlich Weltanführer, da sagt er noch, vielleicht ist sie ja zufällig gerade umgefallen. Aber das Risiko können sie natürlich nicht eingehen. Deswegen müssen sie machen, was Hank Scorpio ihnen sagt. Und da sehen wir natürlich zum ersten Mal die dunkle Seite von Hank Scorpio. Und auch der Running Gag, der, glaube ich, einfach diese Folge zu dem macht, was sie ist. Nämlich, dass Homer das die ganze Zeit einfach nicht checkt. Also, dass Homer einfach im Hintergrund steht und sich am Hintern kratzt. Und, äh, ja, einfach weiterhin denkt, ja, das ist ein guter, guter Chef. Dann wird das Ganze nochmal unterbrochen von so einer ganz kurzen Barszene, die aber eigentlich gar keinen Inhalt hat. Also, er ist einfach unzufrieden, weil die dumm sind. So, das ist die ganze Story. Und man sieht dann direkt auch wieder die, in Klobacks, also in der Firma, was da so passiert. Denn Homer läuft mit einer Kaffeetasse durchs Gebäude und sucht überall Zucker für seinen Kaffee. Und so ein Sicherheitsmann sagt, versuchen Sie es da mal drin. Und er schickt ihn einfach ins Geheimlabor von Hank Scorpio, die in einem riesengroßen Felskrat da drin ist. Was dann auch wieder eine Anspielung an, ähm, Du stirbst nur zweimal. Also, diesen Film, diesen Titel im Original ist. Also, dass genau in diesem James Bond auch eine Geheimbase mit so einem Laserstrahl in einem, ähm, in so einer Höhle. Und, ja, man sieht schon, hier wird auf jeden Fall gerade eine Waffe gebaut. Also, es ist ein krasser Strahler, der da steht. Und Hank Scorpio sagt da auch ganz zufällig dann zu Homer, dass er hofft, dass der Atomreaktor morgen startklar ist. Also, ja, langsam, äh, hat's jeder verstanden, außer Homer. Ja, und Homer will aber natürlich immer noch nur seinen Zucker und Hank Scorpio hat glücklicherweise immer in seinen Taschen Zucker einfach so und nimmt den dann mit den Händen raus und gibt ihn Homer auch in die Hand. Das ist ein komischer Kauz, dieser Hank Scorpio. Ja, und dieser Gag wird dann noch sehr viel, deutlich komischer gemacht, indem er dann noch fragt, ob er auch noch Sahne will. Und Homer guckt ihm auf einen Schritt und sagt dann, nein, danke. Oh Gott. Zuvor kommt dann aber auch noch die Frage von Hank Scorpio, weil er will seine Mitarbeiter natürlich mit ins Boot holen, also er lässt die mitentscheiden auch. Und fragt im Zusammenhang mit diesem Atomreaktor und mit dieser Waffe, welches Land Homer weniger mag, Italien oder Frankreich. Und es sagt wohl jeder Frankreich. Wie auch Homer. Ja. Und Homer muss es wissen, der war ja in jedem Land der Welt schon, obwohl es zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht... War er jemals in Frankreich oder war nur Bart in Frankreich? Ja, er war doch mehrfach in Paris. Er war einmal mit Karl in Paris. Und ich glaube später war er nochmal in Paris. Stimmt. Hast recht. Ja, dann wieder zu Marge, die immer noch nur in der Küche sitzen und Wein trinkt. Also auch an der Front brennt nichts mehr an. Die ist einfach jetzt auch schon abgehandelt, die Storyline. Aber das hindert uns nicht daran, nochmal Einblick in sie zu bekommen. Und dann auch Lisas Storyline muss natürlich ein unglückliches Ende finden, denn sie geht weiter durch die Natur und riecht an Blumen und so. Und dann muss sie irgendwann niesen und bekommt Ausschläge überall und merkt, dass sie gegen alles allergisch ist. Also vielleicht sollte sie sich ein bisschen zurückhalten, sich immer über Milhouse lustig zu machen. Nur so am Rande. Guter Punkt. Und sie sollte doch vielleicht mal was mit ihm anfangen. Vielleicht haben sie da gemeinsame Interessen. Ja, bestimmt. Sie fällt dann hin und fällt vor dieses Streifenhörnchen, was wohl den Eulenangriff überlebt hat. Oder es ist ein anderes. Und das pustet ihr bösartig dann auch noch Pusteblumen, Samen ins Gesicht, was sie dann nochmal mehr niesen lässt. Mhm. Ja. Und jetzt ist sie auch noch zufrieden. Ja. Und der Einzige, der noch zufrieden ist, ist Homer. Der kommt auch wieder in Hank Scorpios Labor. Und Hank Scorpio ist gerade dabei, James Bond zu zerschneiden. Also, es ist halt offensichtlich. Und ich glaube, er sagt sogar, vielleicht sagt er auch irgendeinen leicht abgeänderten Namen. Nee, Mr. Bond. Okay, sehr gut. Dann macht er sogar genau das, sagt er. Ja, und zerschneidet ihn halt einfach mit so einem Laserstreifen. Das ist ja ein recht ikonisches Bild in der ganzen James-Bond-Mythologie. Goldfinger kommt das vor. Stimmt, ja. Und ja, der Laserstrahl ist kurz davor, ihn zu zerschneiden. Doch da kann James Bond im letzten Moment noch eine Münze aus der Tasche holen. Und macht einen sehr coolen Move, wie ich finde. Weil er dann den Laser mit dieser Münze so in vier Laserstrahlen teilt, die dann genau seine Fesseln zerschneiden. Das ist schon ein sehr starker Move. Ja, auf jeden Fall. Und er macht dann noch so ein Tränengas oder so. Also setzt quasi Scorpio und seine ganzen Soldaten außer Gefecht. Und er versucht zu fliehen. Aber Homer als fleißiger Mitarbeiter tackelt ihn einfach um. Er wird von Hank Scorpio dafür gelobt. Und James Bond wird von mehreren Soldaten einfach erschossen. Ja. Das kam in meinem James Bond vor. Nee. Nicht so. Also... Nee, es ist halt... Ja. So unklamourös war es nicht. Aber schon. Nee, ich meine... Also wie es dann... Also Spoiler. Wie es dann wirklich passiert ist, als James Bond gestorben ist. Damals. Damals. Nun. Homer... Ja. Nee, hatten wir schon. Ja. Sie kommen... Sie sind dann wieder... Treffen sich zum Abendessen wieder all zu Hause. Und alle sind nicht begeistert. Sie haben alle schlechte Erfahrungen gemacht in Cypress Creek außer Homer. Homer erzählt, wie gut es ihm geht. Aber auch alle anderen sind offensichtlich unzufrieden. Und blasen dann auch ihr Trübsal. Machen Homer ein bisschen schlechtes Gewissen. Dann sagt Marge aber ja, aber es ist ja deine Entscheidung. Da geht es uns halt sehr, sehr schlecht hier. Aber es ist ja trotzdem deine Entscheidung. Ja, und Homer kann da natürlich... Hat da natürlich Gewissensbisse, wie er jetzt diese Entscheidung treffen soll. In der Szene muss ich sagen, es ist wirklich ultra... ultra undankbar von Marge und von Lisa. Also Bart... Bei dem Fall muss man es noch verstehen. Der ist halt wirklich der Dulli-Truppe gelandet. Also das ist echt kompletter Quatsch. Aber dass Lisa sich so beschwert, dass sie da... Also ein Heuschnupfen... Ich habe selbst Heuschnupfen. Das ist nach zwei, drei, vier Wochen, wenn es doof läuft, nach zwei Monaten, ist halt diese Zeit im Jahr auch wieder vorbei. So. Da gibt es dann Medikamente auch, die das lindern. Und sie stellt sich da wirklich doof dran auch. Und Marge, dass die sich da so unzufrieden stellt, weil sie es nicht gebacken kriegt, was anderes zu machen, als Hausarbeit oder Wein zu trinken. Sorry, das ist auch nicht Homers Schuld dann. Weil denen geht es da allen deutlich besser. Außer Bart. Vor allem, als ob Marge noch nie gesehen hätte, wie er was anderes macht, als Hausarbeit. Marge, hol dir einfach ein Buch oder schreib ein Buch. Oder soll er wieder anfangen zu pumpen oder so? Ja, genau. Oder was heißt noch mal? Ohne Steroide einfach mal baff werden. War, glaube ich, später, als er das gemacht hat. Aber könnt ihr auch erst schon pumpen gehen. Ja, ja. Ihr steht alles frei. Und sie wählt es, Wein zu trinken. Sie wählt die Alkoholwucht. Das geht so nicht, Marge. Nee. Also schwache Familienentscheidungen da an dieser Stelle. Aber Homer fackelt nicht lange. Seine Familie ist ihm wichtig. Und er geht zu Hank Scorpio und will ihm diese Entscheidung mitteilen, dass er gehen will. Und der trottet in diese Geheimbasis, während da Soldaten von Scorpio und andere Soldaten gerade aufeinander schießen und sich gegenseitig verätzen und was weiß ich. Ist eine wilde Schießerei. Aber Homer ist von dem einen nicht beeindruckt. Er ist viel zu viel in seinem eigenen Kopf und will einfach nur mit Hank Scorpio das Ganze klären. Der währenddessen auch, er ist ein bisschen busy, aber er nimmt sich natürlich trotzdem Zeit für seinen Mitarbeiter. Wirft auch eine Granate dann in eine Soldatenmenge während dem Gespräch. Aber rät Homer, dass es wohl das Beste ist, wenn er das tut, was das Beste für seine Familie ist. Und dass er aber trotzdem enttäuscht ist natürlich. Und sagt Homer dann noch, wenn er auf dem Weg raus jemanden umbringen will, dann würde ihm das sehr helfen. Aber macht Homer nicht. Beziehungsweise macht er vielleicht indirekt, weil es kommt eine Granate auf ihn zugeflogen und er tritt sie so halt traurig, gedankenverloren weg. In dieser Kampfszenen ist noch so eine komische Szene von einer Frau, die einem Soldaten mit den Beinen das Genick bricht. Das ist aus goldenen Ei wohl, aber es fand ich trotzdem sehr seltsam, diese Szene. Ja. Naja, muss in jedem guten James-Bond-Film drin sein. Ja, scheinbar. Sie kommen jedenfalls in Springfield wieder zu Hause an. Da sieht man noch vorher die Szene mit Scorpio und dem Flammenwerfer, die du schon erwähnt hast auch. Die dann nochmal später kommt in Simpsons World. Und das ist auch das letzte Mal, dass wir Hank Scorpio für eine sehr, sehr lange Zeit sehen werden. Ja. Wir hören zwar gleich nochmal von ihm, aber sehen werden wir ihn so in dieser Art wahrscheinlich nie wieder. Vermutlich nicht. Was, äh, ja. Naja. Wir sind es ja gewöhnt. Und als sie dann heimkommen, der Rasen ist sehr, sehr lang. Also sie waren offensichtlich dann doch relativ lang da. Auch wenn es so wirkt wie nur eine Woche oder so vielleicht. Aber, ähm, dann liegt auch eine Zeitung da, wo steht, dass ein super Bösewicht die ganze Ostküste erobert hat. Und, äh, es ist Hank Scorpio. Aber irgendwie denken sie sich nicht wirklich was dabei. Und, äh, als sie dann reingehen, ist Otto da auf einer Picknickdecke und, äh, ist am Bier trinken und muss dann schnell seine Freundin holen, damit sie rausgehen können. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Gag verstehe. Weil seine Frau heißt, äh, seine Freundin heißt Crystal, was dann vermutlich eine Anspielung ist, sondern Crystal Meth, aber ich weiß es nicht. Warte mal, warum. Ich weiß nicht. Er hat halt so gesagt, ich muss noch meine Freundin holen gehen. Und er geht dann halt auch. Und es gibt auch keine Antwort. Eventuell muss er halt einfach seine Drogen noch holen gehen. Und, äh, das ist eine valide Theorie. Ja. Homer bekommt dann ein Telegramm mit einer Danksagung noch von Hank Scorpio und sagt ihm, ja, sie haben mir hier super geholfen und vielen Dank dafür. Und er hat ihm nicht die, helf mir auf die Sprünge, was wollte er heute haben? Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Dallas Cowboys hat er leider nicht bekommen, aber er hat dafür eine andere Entschädigung. Und im Garten der Springfields spielen jetzt die Denver Broncos, die jetzt Homer gehören. Was ihm aber nicht gar nicht so gut gefällt. Nee. Aber sind die nicht relativ gut? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das der Gag. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen Football. Ich kenne keine Regel von Football. Ich kenne mich noch besser aus mit Baseball als mit Football. Also lasst mich in Ruhe. Aber ein großer Held bist du vor allem im, äh, ich habe leider vergessen, wie es heißt, im indischen Baseball. Cricket. Cricket. Exakt. Da kennt man mich. Ja, und dann kommt im Outro, über das Outro kommt noch ein sehr schöner Song, also auch James-Bond-mäßiger Song, über Hank Scorpio, wo über seine ganzen Missetaten, aber sein sehr gutes Verhalten seinen Mitarbeitern gegenüber gesungen wird. Ja, sehr schön. Ein schöner Abschluss. Das stimmt. Diese Folge ist die, war lange die bestbewertetste Folge bei IMDb, ist aber jetzt nur noch auf Platz zwei, hinter der Frank-Grimes-Folge, die wir auch schon hatten. Okay, krass, dass ich das, dass ich das jetzt in der Moderne noch so gegenseitig überholt. Ja, also es ist bei 9,2 und 9,3, das ist halt, glaube ich, relativ knapp auch einfach. Ich glaube, seit 2011 ist er auch schon nicht mehr die bestbewertetste, seitdem ist Frank-Grimes, aber trotzdem war das ja trotzdem deutlich nach der Ausstrahlung. Ja. Ja, also auf jeden Fall Platz zwei der bestbewertesten Simpsons-Folgen all time. Hm. Und dann habe ich noch eine sehr schöne Aufgabe für einen oder eine von euch, falls ihr euch mit Webseiten und so, falls ihr da versiert seid, die Cypress Creek Elementary School hat in dieser Folge eine Webadresse, die man sieht und die ist studynet.edu und diese Webseite ist frei. Okay. Also wer von euch am schnellsten ist und will, dann baut mal eine witzige Webseite. Diese Webseite ist zu haben. Boah, ich weiß aber gar nicht, ob das unbedingt geht. Ich glaube, also so edu und .gov oder so, vielleicht kann auch sein, dass das so Adressen sind, die reserviert sind oder so für die Regierung oder so. Kann sein. Ich weiß gar nicht, ob man einfach so eine .edu-Webseite sich kaufen kann. Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine Webseite gesehen, die .edu hinten hat. Ich auch nicht, aber das sind so die Schul-Webseiten oder so, insgesamt Uni und sowas, glaube ich, amerikanische. Ich könnte mir vorstellen, dass das reserviert ist, alles. Falls da irgendjemand von euch drankommt, macht ein Bild von uns auch mit drauf, falls ihr da eine coole Webseite baut, egal was draufkommt. Vielleicht nicht ganz egal, was draufkommt. Ja. Mal gucken. Macht einfach mal, hinterher können wir immer noch sagen, nee. Genau. Ja, okay. Ivo, wie fandest du diese Folge? Ja, es ist natürlich ein absoluter Klassiker, brauchen wir nicht drüber reden. Hank Scorpio, fantastischer Charakter, völlig zu Recht, sehr beliebt, meiner Meinung nach. Und insgesamt dieser ganze Plot, also jetzt diese ganzen anderen Plots von den anderen Simpsons, die irgendwie alle da ein sehr schlechtes Leben haben, seien mal dahingestellt, sind okay. Aber der Hauptplot ist meiner Meinung nach fantastisch, dieser eigentlich perfekte Arbeitsplatz, wo nach und nach rauskommt, dass der eigentlich halt so ein Bond-Bösewicht ist, was aber auf die Handlung überhaupt keinen Einfluss hat. Das finde ich sehr cool. Und das ist auch irgendwie was, das ist so eine Art von Storyline, die irgendwie, man hat so das Gefühl, die passt gar nicht so richtig zu den Simpsons irgendwie so. Das ist eher eigentlich so ein South Park-Ding oder so, wo sowas eigentlich in jeder Folge ist, dass irgendwie noch tausend andere Stränge, die aber eigentlich völlig egal sind für die Handlung. Und von den Simpsons ist das eigentlich eher ungewohnt. Aber deswegen fühlt es sich gerade einfach so gut an. Es ist einfach auch ein wahnsinnig guter Gag, wie Homer das die ganze Zeit nicht versteht. Also es ist super. Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich eine sehr, sehr ikonische Folge, auch einfach mit diesem Charakter. Also ohne diesen Charakter wäre es wahrscheinlich auch nie so geisteskrank krass gewesen, wie es jetzt war. Aber der Hank Scorpio, der ist halt mega cool. Und die Story ist mega cool. Es ist natürlich nicht so gagreich. Es sind so ein paar unterschwellige Gags mit dabei und so. Aber an Gags kommt wenig, weil es halt vor allem der Fokus auf die Story ist. Und die ist halt mega gut und deswegen auch zu Recht den Klassiker. Mhm. In diesem Sinne würde ich sagen, diesen Klassiker haben wir abgehakt. Mal gucken, wann die nächste kommt. Ja, endlich. Da gibt es noch einige Sachen, die noch nicht gewünscht wurden. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig auch freudig, wann wohl der Erste sich solche Folgen wünscht. Ja, es gibt so viele Klassiker. Ja, das stimmt. Gibt es echt. Das ist schwer an alle zu denken. Ich meine, selbst wir haben nicht an diese Folge gedacht. Wir dachten aber, wir hätten sie auch gehabt beide. Das stimmt. Wir dachten aber auch beide. Ich habe echt verwundert. Bei den Grandpas Nieren explodieren gibt es noch eine Szene, die es nicht gab. Naja. Das ist halt der Mandela-Effekt. Der klassische. Da kann ich alles wissen. Ivo, was gibst du uns diese Woche mit in die Woche? Also, diese Woche mache ich eine vorsichtige Empfehlung, denn es ist lange her, dass ich das letzte Mal ein Anime empfohlen habe. Oh je. Aber es ist natürlich längst überreif und ich habe erst drei Folgen davon geguckt, aber ich merke einfach jetzt schon, dass es definitiv würdig ist, eine Empfehlung rauszuhauen. Ich glaube, unter Anime-Fans ist das jetzt auch wirklich kein Geheimtipp, aber die wenigsten Leute sind Anime-Fans, deswegen kann ich es trotzdem raushauen. Du könntest es sogar ganz tief in deinem hintersten kleinen Hirn irgendwo gespeichert haben, denn es ist einer der Anime, die in dem Gigak-Video vorkamen. Aber da halt Staffel 2, ich bin in Staffel 1, es ist Vinland-Saga. Und es ist eine nordische Geschichte, die wohl halbwegs realistisch ist, also die ganzen Länder und so und die Wikinger und so. Also das basiert wohl alles auf richtigen Sachen, allzu realistisch wird es dann später wohl nicht, vor allem in den Kampfszenen oder sowas. Aber es ist jetzt schon einfach so eine Geschichte, die so voll ist mit krassen Charakteren, die auch so widersprüchlich sind zur Erwartung. Also erstmal der Hauptcharakter ist der Sohn von so einem Wikinger, der aber Pazifist ist, was man ja so schon mal nicht kennt. Und es sind einfach krass geschriebene Charaktere, zu denen man jetzt schon nach drei Folgen so eine Beziehung aufgebaut hat. Und ja, auch wie es gemacht ist, rein vom Handwerk, ist einfach top-notch. Wirklich, da stimmt alles, Animation ist fantastisch. Und es ist einfach, die Story hat so viele, jetzt schon so viele Twists, die so cool sind. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Vinland-Saga sich anzuschauen ist, sogar auch auf Netflix mittlerweile. Das heißt, es steht euch, vielen von euch, nichts im Wege. Guckt es euch einfach mal an. Wagt es einfach mal, auch wenn ihr keine Anime-Fans seid, guckt einfach mal einen an. Vielleicht gefällt es euch ja, mein Gott. Er fleht euch an, bitte guckt es euch an. Auf Knien bin ich. Okay, Vinland-Saga. Ich habe einen Rucksack voll mit Empfehlungen. Ivo, was willst du haben? Ich habe Musik, ich habe, nennen wir es mal grob gesagt, Lifestyle. Und ich habe Shopping. Diese drei Sachen würde ich jetzt mal vorne nehmen. Hatten wir jemals schon mal eine Musik-Empfehlung? Ja, ich habe einmal ein Album empfohlen. Und ich habe schon mal ein Lied. Ich habe schon zwei Sachen. Okay. Ich würde trotzdem sagen Musik. Okay. Das ist das Langweiligste von den drei Sachen auf jeden Fall. Aber... Ja, die anderen kommen dann nicht so. Ja, das stimmt. Ich bin ehrlich, ich kenne den Album-Titel nicht mehr, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du das holst. Aber es ist... Ich bin wahrscheinlich ein bisschen late to the party. Ich habe, ich kriege so neue Alben und so selten vorgeschlagen. Deswegen ist es das neue Billie Eilish-Album einfach. Also es ist wirklich eigentlich relativ lame, weil das wahrscheinlich viele von euch schon gehört haben. Und es heißt Hit Me Hard and Soft. Und da sind richtig... Also von ihr hören sich die Lieder schon sehr ähnlich an oft, muss man sagen. Also man erkennt das immer, dass es ein Song von ihr ist. Aber ich finde die Lieder von ihr, allen voran Lunge, finde ich ultra stark. Also da hat sie wirklich ein gutes Album rausgebracht. Und das kann man auch schön so von vorne bis hinten durchhören. Das sind zehn Lieder. Das ist eine gute Länge, finde ich. Und deswegen das Album habe ich beim Autofahren jetzt sehr viel gehört die letzten Tage. Und das ist ein sehr gutes Album. Deswegen mal nochmal eine Musikempfehlung seit langem. Okay, nice. Hört sich an. Hit Me Hard and Soft von Billie Eilish. Ja, das war die Empfehlung der Woche. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Hört die neue Folge DNR SDT. Ja, stimmt. Das ist eine neue Folge raus. Ist meiner Meinung nach bisher, glaube ich, von der Story her, von diesen AI-Sachen mit Abstand die beste. Die ist echt gut. Da geht es um den Haus. Hört rein. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr schlafen könnt, weil es so spannend ist. Und kommt gerne auf unsere... Und weil du reinschreist, während du es vorliest. Ich habe so Klingengeräusche und so auch eingesprungen. Piu, piu. Finde ich schön. Kommt auf unseren Discord-Server gerne mal. Und ansonsten... Ja, alles. Genießt die Europameisterschaft im eigenen Land. Außer ihr. Oh ja. Guckt jeder da Fußball. Das macht Spaß. Ja, mein Gott. Man muss auch nicht jeden Trend mitmachen. Bis nächste Woche. Meine Empfehlung der Woche guckt kein Fußball. Bis nächste Woche. Ciao. Sehr lieb zueinander. Ciao.